Heute geht es um eine ganz einfache, schnell erklärte Kaufgelegenheit, die sich jetzt kurzfristig ergeben könnte und die ich selbst auch umsetzen möchte. Deswegen zeige ich sie euch vorher. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Nicht immer ist einfach auch gut. In diesem Fall könnte es aber gut werden und deswegen möchte ich euch gleich darüber informieren, welche Kaufgelegenheit sich aus meiner Sicht in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht auch schon ein bisschen früher, vielleicht schon auch im Verlauf dieser Woche jetzt ergeben kann, wie man das umsetzt. Darüber sprechen wir gleich auch. Aber wichtig ist natürlich, dass man dann frühzeitig reagiert. Und es gibt ja einen deutschen Aktienindex, über den derzeit kaum gesprochen wird. Und guess what? Der DAX ist es nicht. Der aber vielleicht sogar in der Rallye, wenn sie denn kommt im vierten Quartal und die Statistik, wenn wir die US-Wahl mit reinnehmen, wenn wir uns die aktuelle Liquiditätssituation in den USA anschauen. All das spricht für steigende Kurse. Und selbst die Stimmung ist noch nicht zu optimistisch. Also schauen wir gleich drauf. Vorab aber habe ich ganz offen eine große Bitte an euch. Viele von euch schauen euch meine Videos schon seit vielen, vielen Jahren an. Und ich habe ja beim letzten Mal darum gebeten, drückt doch bitte auf Abonnieren. Dann habe ich statt 164.000, 165.000 hat geklappt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und heute, wenn das nicht so unverschämt klingt, habe ich noch eine Bitte. Ich habe noch nie an so etwas teilgenommen. Und zwar ist die Rede von einem Zertifikate-Award. Das ist die Umfrage. Aber wenn man hier weiter durchgeht, dann sieht man, es wird nicht nur das Zertifikate-Haus des Jahres, das Trading-Haus des Jahres und, und, und gesucht, sondern neu jetzt auch der Finfluencer. Mit dem Wort kann ich mich immer noch nicht richtig anfreunden, aber wahrscheinlich ist es das, was ich mache. Des Jahres wird er gesucht. Und deswegen möchte ich euch bitten, ich habe einfach sportlichen Ehrgeiz. Wenn ich schon mitmache, dann möchte ich am liebsten nicht Achter werden. Nichts gegen den achten Platz. Aber ich bin mal hier für euch durchgegangen, was mir bei diesem hier gefällt. Ich habe keinerlei Kooperation. Ich bin einfach nur Teilnehmer in dieser Umfrage. Aber diejenigen, die die Umfrage veranstalten, die haben meines Erachtens hier eine ganz anständige Auswahl getroffen. Es gäbe auch einige Namen, muss ich jetzt nicht nennen. Da würde ich mich eher nicht mit wiederfinden. Aber hier ist der Gold, der Goldgraf ist dabei, Michael ist dabei, Christian ist mit dabei und so weiter und so fort. Und hier oben, wahrscheinlich wird das nach alphabetischer Reihenfolge sein, kommt das hin? Ja, kommt hin. Bin eben auch ich dabei mit Kanälen, die ich nicht so bespiele. Aber das spielt keine Rolle. Ihr seht mich hier auf YouTube. Wenn ihr also mitmachen würdet, dann würde mich das freuen. Naja, und wenn ihr mitmacht, dann freut es mich natürlich, wenn ihr meinen Namen hier anklickt, ist einfach ein bisschen sportlicher Ehrgeiz. Mal schauen, was rauskommt. Und ich werde euch dann selbstverständlich berichten. Also, das sind fünf Fragen. Es dauert keine, wenn man schnell klickt, drei Minuten. Herzlichen Dank jetzt an dieser Stelle schon mal dafür. So, und jetzt schauen wir auf den S&P 500 und sehen, er handelt hier im Wochenchart relativ deutlich zu sehen am Allzeithoch. Tatsächlich sind wir knapp darunter noch. Aber ich habe ja hier in den letzten Wochen mehrfach erläutert und davon werde ich natürlich auch nicht abweichen, dass wir ein starkes viertes Quartal, eventuell auch noch ein starkes erstes Quartal 2025 vor uns haben. Ich erinnere nochmal, mit einer Ausnahme im Jahr 2008 Finanzkrise war der Nasdaq hinsichtlich der Performance immer in den 60 Tagen nach einer US-Wahl. Am 6. November ist es soweit positiv. Ist Statistik, ist nur Korrelation, ist Vergangenheit. Wir haben keinerlei Sicherheit, dass es in Zukunft wieder so kommen wird. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, aber es ist schon ziemlich in Stein gemeißelt. So scheint es. Und nochmal, wir haben derzeit nicht heillose Euphorie, aber dass diese letzte kleine Korrektur so schnell wieder gekauft wird, ich glaube, am Ende des Tages wird es auf die Liquidität ankommen. Und ich glaube, auch das ist aber ein separates Thema, ich glaube, dass die FED jetzt die Daten hat, dass sie ihr QT, also das Quantitative Tightening, also den Abbau der Notenbankbilanz, beenden kann. Und wenn sie das macht, dann werden wir einen Liquiditätsstrom in den nächsten Monaten sehen. Und der könnte schon sehr, sehr bald, theoretisch schon in dieser oder in der nächsten Woche beginnen. Und der Oktober war nicht selten in der Vergangenheit Ausgangspunkt größerer Marktbewegung. Auch hier gibt es Ausnahmen. 2008 und natürlich den Oktober-Crash. Wann war das? 89. Klar gibt es immer Ausnahmen von der Regel. Aber gerade als aktive Anleger orientieren wir uns natürlich an dem, was am wahrscheinlichsten ist. Für den Rest haben wir einen Stock. Also S&P 500 am Allzeithoch. Und der DAX ist, das ist jetzt der Schlusskurs, ich nehme dieses Video hier am Sonntag für euch auf. Also gestern. Auch der DAX ist nicht mehr allzu weit entfernt vom Allzeithoch. Ich glaube, wiederum, mein Standpunkt, schaut auf den Disclaimer unten, den teile ich gerne offen mit euch. Es gibt aber keine Garantie, dass es so kommt. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr noch Kurse und Notierungen jenseits der 20.000 Punkte sehen. So. Und wenn es so käme, dann ergäbe sich vielleicht in einem weiteren Index eine schöne Gelegenheit. Der DAX handelt momentan mit einem KGV von 19. Das ist nicht wirklich teuer. Das ist in etwa in seinem historischen Durchschnitt. Der S&P 500, auf den wir eben geblickt haben, der handelt mit einem KGV von fast 29. Das wird die Rallye nicht behindern. Die Vorstellung, dass fundamental zu teures nicht weiter steigen kann. Ja. Wer nach fundamentalen Aspekten hinsichtlich des Bewertungsniveaus eines Marktes gehandelt hat in den letzten 10 Jahren, der wird die größten Chancen verpasst haben. Aber es ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir Extremwerte erreichen, das wäre beim S&P 500, wenn es so in Richtung 33 bis 35 ginge, dann ist das sicherlich ein Warnsignal. Aber da ist noch Raum. Nicht ganz halb so hoch, aber sehr günstig mit einem KGV, obwohl sie normalerweise oft Bewertungsaufschläge bekommen haben in der Vergangenheit in Rallyephasen. Und das ist der MDAX. Und genau darum geht es. Deutsche Aktien sind reichlich unbeliebt. Wenn man durch die sozialen Medien switcht, dann wird viel zu häufig immer eine Korrelation, eine Verbindung gezogen zwischen dem politischen Umfeld, welches vermeintlich wirtschaftsfeindlich ist. Und wir müssen überhaupt nicht darüber diskutieren, dass die Grundlagen, die hier für die Zukunft gelegt werden, einfach nicht ausreichend sind. Aber nichtsdestotrotz können natürlich international agierende Konzerne dennoch im Kurs steigen. Also der DAX hat sich sehr, sehr gut gehalten. Der DAX ist natürlich auch, wenn wir uns die Werte darin anschauen, dann ist der exportorientiert. Eine Siemens macht keine 10% ihres Umsatzes, macht sie in Deutschland. Bei SAP ist es eben ein bisschen mehr, wenn wir uns die Automobilhersteller, ja, die sind eben nicht mehr so hochgewichtet im DAX. Also der DAX kann durchziehen. Der MDAX ist aber dazu günstig und hat sogar noch einige Marktführer in sich. Und das ist meines Erachtens eine ganz interessante Ausgangssituation. Und ich mache es ganz konkret. Wenn der Ausbruch hier gelänge, in diesem Fall, diese Widerstandszone ist nicht ganz eindeutig zu ziehen, aber behaltet mal im Hinterkopf die 27.500 Punkte. Ob man dann abwartet, vielleicht auf einen Wochenschlusskurs darüber oder ob man sagt, ein Tagesschlusskurs reicht mir. Ich würde mal so sagen, kein Mensch ist gezwungen, eine Position zu eröffnen und dann die Augen zu schließen. Man kann ja auch sagen, wenn wir einen Schlusskurs über 27.500 Punkte haben, dann kaufe ich eine erste Tranche, dann warte ich nochmal ein paar Tage ab, schaue, ob es eine Bestätigung gibt, dieses Ausbruchs. Denn das kann dann relativ schnell gehen in Richtung 30.000 Punkte und meines Erachtens sogar darüber hinaus in Richtung 32.000 Punkte. Denn wenn wir solche Rallyephasen haben, wo es relativ schnell geht, dann schaut der Markt natürlich auch nach links und rechts. Denn es gibt viele Investoren, die sagen, ich möchte nicht in den Werten investiert sein, wo alle drin sind. Und dann könnte, es ist eine Wenn-Dann-Bedingung, keine Frage, dann könnte auch der MDAX als Spekulation interessant werden. Der MDAX, wenn wir uns die 10 Werte anschauen im MDAX, die am höchsten gewichtet sind, ich bin sie alle gerade für euch durchgegangen, dann muss ich sagen, nicht alle sehen charttechnisch richtig gut aus. Aber die meisten haben zumindest mal einen Boden ausgebildet von den Schwächeren, wie zum Beispiel eine Lufthansa, wo man sagen kann, es geht gar nicht darum, dass das Unternehmen jetzt jahrelang vielleicht wieder in den Höhenflug, bisschen billig, aber ihr wisst, was ich meine, übergeht. Lufthansa ist ja noch nie im Höhenflug gewesen. Lufthansa, wir schauen einmal drauf, weil es eine Lieblingschart sicherlich von Trader ist. Es gibt bei der Lufthansa nur ein Oben und ein Unten. Seit sie an der Börse existiert, schreibe ich es mal ganz schnell, es gibt nur ein Oben und ein Unten. Es gibt keinen Trend oben und unten. Naja, und für eine Rallye von 1, 2, 3, 4, vielleicht auch 8 Wochen reicht es natürlich, wenn man bei einem unten ist und dann sagt, okay, ein Anstieg in Richtung 8, 9, 10 Euro, das wäre dann natürlich einigermaßen bullish. Für einen langfristigen Investor, SAFE hat gerade in den USA Insolvenz angemeldet, Airline-Aktien, selbst eine Ryanair sind nichts für einen langfristigen Investor. Aber darum geht es nicht. Also nicht alle Top-Ten-Werte im MDAX, wie habe ich schon gesagt, macht rund 35 Prozent aus, sehen jetzt richtig, richtig gut aus. Sonst wäre der MDAX natürlich auch schon auf einem ganz anderen Niveau. Und ich habe mal drei für euch ausgesucht oder vier, die sehen aber ganz gut aus. Mal im Schnelldurchlauf, eine GEA, ja, gerade hier ihren Abwärtstrend der letzten zwei Jahre überwunden. Allgemein, dieses niedrige Zinsniveau, wir haben einfach bessere Bedingungen jetzt für viele exportorientierte Unternehmen. Wir haben eine GEA, die ganz gut aussieht. Wir haben eine KRONES, die ebenfalls ganz gut aussieht. Wir haben eine Nemecek, die sich sehr gut, habe ich mir das falsche Kürtel, da haben wir es. Ja, man muss ja immer bedenken, die machen Software für die Baubranche. Schlechter ging es ja eigentlich gar nicht. Und dafür haben sie eigentlich sehr ordentlich gehalten. Hier fehlt ebenfalls nicht mehr allzu viel für einen Durchstieg, Anstieg zur Oberseite. Welchen wollte ich noch angucken? Die Rational sind, glaube ich, auch im MDAX. Ich weiß. Also auch die meisten Charts sehen danach aus, als ob hier ein Ausbruch zur Oberseite stattfinden könnte oder zumindest mal eine deutliche Erholung. Also, that's it. Das ist das Kaufsignal. Noch ist es nicht da. Es könnte aber ein sehr interessantes sein. Diejenigen, die sich damit auskönnen, können natürlich das Ganze auch mit einem Derivat umsetzen und dementsprechend ihren Stop dann auch platzieren. Man kann es auch mit einem ETF umsetzen. Vielleicht sagt auch der ein oder andere, nee, ich setze dann gleich auf eine starke Aktie aus dem MDAX. Wir haben allerdings nicht, so man mir zum Beispiel im Tech-Index sagen kann, naja, gut, wenn ich Microsoft, NVIDIA, Amazon und Meta nehme, dann habe ich ja im Prinzip den Nasdaq 100 nachgekauft. Eine so deutliche Dominanz haben wir nicht. Also der am höchsten gewichtetste Wert im MDAX müsste GA sein und das sind, glaube ich, 4,8 Prozent. Wenn wir uns das hier anschauen, der Ausbruch zur Oberseite, ich habe 27,5, habe ich gesagt, vielleicht wäre es sogar schon interessant, wenn man bei 27,2 ein, so oder so, hier die Tops aus dem Weg, dann sieht das ganz gut aus. Und den Stop würde ich auch vielleicht 1.000, 1.500 Punkte tiefer. Das sind dann ja keine 10 Prozent und das gibt ein ganz anständiges Chance-Risiko-Verhältnis. Also das, was man auf der Oberseite haben möchte, muss natürlich immer in Relation stehen zu dem, was man auf der Unterseite riskieren möchte. Ich wollte es euch gerne vorstellen und zwar bevor ich hier einsteige, einfach weil ich dachte, es könnte für euch interessant sein und wenn ihr euch über sowas freut, ja, ein kleines Dankeschön nochmal als kleiner Reminder zum Schluss, wenn ihr euch jetzt die drei Minuten Zeit nehmt und dann, jetzt sind wir hier im Wahlkampf und dann die Klicks an der richtigen Stelle. Hier kann weniger passieren mit euren Klicks auf dem Wahlschein als an anderer Stelle. Also würde mich freuen. Das war es für heute. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare und ich freue mich auch, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören. Das ist eine Freude pur. Also macht's gut, bis dann und ciao.